Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mr. Scamander, wissen Sie eigentlich irgendetwas über die Zaubergemeinschaft in Amerika? Wir lassen hier nicht einfach etwas frei. Hey, Sie da mit dem Koffer! Ich glaube, aus Ihrem Ei schlüpft was! Sie haben seine Erinnerung gelöscht, oder? Von dem Nomad? Von dem was? Dem Nicht-Magischen, dem Nicht-Zauberer! Tut mir leid, wir nennen Sie Muggel. Ich weiß jetzt, dass ich nicht träume. Wie kommen Sie zu der Erkenntnis? So etwas würde mir nicht mal im Traum einfallen. Irgendetwas sucht unsere Stadt ein. Es verbreitet Zerstörung und ist dann ohne jede Spur wieder verschwunden. Hexen leben unter uns. Wir leben schon viel zu lange im Schatten. Ich frage Sie alle. Wen schützt das wirklich? Uns oder Sie? Gefahr. Erwittert Gefahr. Das steht im Zusammenhang mit Grindelwalds Angriffen in Europa. Das könnte Krieg bedeuten. Sie haben doch einen Plan, oder? Sie brauchen unsere Hilfe. War das alles, was aus Ihrem Koffer entkommen ist? Ich lasse Sie nicht noch ins Tüten. Ich werde mich dem nicht länger unterwerfen. Die Zeit läuft Ihnen davon, Mr. Commander. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020